Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Dieses Jahr eine tolle Attraktion auf eurem Stand, ne? Naja, Tiere ist immer eine Attraktion und jedes Jahr muss es verbessert werden, natürlich in unserer Industrie. Und dieses Jahr haben wir den König der Tiere. Der ist bewegt und der hier mächtig rumwirrt. Er kann reden, er kann singen, er kann alles machen. Und es ist ganz realistisch. Ihr seid ja ein internationales Unternehmen. Ja, ja, wir sind in 26 Ländern und wir haben da überall Distributors und guten Umsatz und überhaupt für die Kinder. Ich wollte gerade fragen, was ist euer Kernziel? Also unser Kernziel ist heutzutage, wir wissen alle ganz genau von der Natur, wo unsere Probleme sind. Und die Tiere, die spielen auch eine große Rolle da drin. Und wir in unserer Industrie, finde ich, wir haben eine Aufgabe, die Kindern das beizubringen. So, dass die lernen, was auch die Tiere zubringen, um die Zukunft zu erhalten. Wir wissen, dass so viele Tiere immer aussterben jedes Jahr. Und der Respekt kommt dann, wenn sie die Tiere so lieb haben und die Tiere bekommen ihre Freunde. Und deswegen sind sie alle so realistisch. Die müssen realistisch sein. Nicht als Spielzeug nur, sondern auch realistisch. So, wie sie es auf Television sehen, auf den Programmen und so weiter, so muss es auch hier aussehen. Okay. Wie viele Tiere habt ihr denn im Programm? Ja, über 7000 haben wir. Über 7000 verschiedene Tiere. Hohoho. Ja, ja. Das hat jetzt 25 Jahre gedauert, die 7600 Tiere zu entwickeln. Und das ist eine große Aufgabe. Aber wir haben es geschafft. Und dieses Jahr sind wir auf der Messe hier mit 160 oder 170 neuen Tieren. Toll, bei euch ein Einblick zu haben. Dankeschön. Danke vielmals. Ja, danke. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeux. Mein Pool. Juhu!